ich würde sagen so oldschool gaming mit kringel egal ich habe es schon ein bisschen vorgelegt so das letzte level der roboter gegen mutanten weil ich möchte immer dieses farmen und geld und besitzen keine sau habe ich euch spiel ein bisschen vor damit es ein bisschen spannend wird wir vernichten gerade den gegner keine chance mehr tolles sack länger schwanz das nervigste wird ein bisschen diese komischen fliegenden blöden drecksdinger von gegner zu kniften weil er immer der meinung ist ohhhh mietz 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 ich gebe jetzt auch ganz bewusst mal keine strategie vor das wäre ja langweilig ich weiß nicht andere leute hier auf youtube oder so was die haben auf einmal kein leben des kriegs mehr warum weiß ich nicht kann man es durch einen cheat erklären aber das ist ja langweilig ja ja nicht mehr muss ich einigen gegenüber die oud wenn du Meine super duper Schädlingsbekehren von so weiter sind auf 2, die Schnütterschläge auf 1. So, Flugzeug, bam 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 bam, hier 2 gleich mal auf diese komische Beginn ist ein komische B dizelabstor da oben, da der depositum auf 1. Jetzt müssen wir uns den Ding auf 1-2-stor weiter ausziehen, dann verkleben wir hier wieder 1. Das nicht gut ist die Schnüde, eine ziemlich große Reichweite. der stelle erwartet ich will auch mal hier einst mit der favorite games 2 zwei immer drauf ja da haben wir noch einen egal jetzt muss man so und ich gebe auch zwei ändern und und wenn ich das vielleicht kaputt mache ich würde ja eine riesenreichweite haben mit dem Sparbeweger ohne Schaden vernichten und jetzt auch die Zeug ist nochmal hier auch K 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 Was ist das, was das? Oh, das ist ja das Kaffee. Naja, da kann ich doch mal ein Bedeiteln zeigen, weil wir noch sind. Oh! Ja, das spiel ich mir nicht. Egal! Überregelung geht! Das ist ein Blutabäckchen. Keiner hat das in den Ball. Das ist ein Blutabäckchen. Das ist ein Blutabäckchen. Hier, hier. Da ist nichts mehr. Es kommt nichts mehr. Instruktion wird ausgeführt. Eins für mich. Bam, 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 bam! Oh! Es wird rot und rot und rot und jetzt ist es gebucht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da ist noch irgendwo was. Stimmt. Ah, keine Karte mehr. Aber schön. Hier kann ich gucken. Guck was mir. Tolle Seite. Online. Meinst du, Instruktion wird ausgeführt? Instruktion wird ausgeführt. Befehl initiiert. Befehl initiiert. Verwarte Bestattel Bootprogramm. Verwarte Bestattel Bootprogramm. Bestattel Bootprogramm. Befehl initiiert. Empfangen. Ziel erfasst. Online. Antrieb gestartet. Erwarte Befehle. So, wir sind erfolgreich. Schauen wir, ob wir es in der Partzeit geschafft haben. Ha. Nicht ganz, 3,5 Stunden. 2 Stunden, 20. Nein, ja. Wobei ich es meine 마지막 identisch will, ich finde ihn in Partzeit zu erreichen. Ach genau. Selbstbewusst. Video zu Ende Juhu